describt der neue Renault was heißt es, neue gibt es noch schon ein paar Jahre wir haben 8.49Stellbaut resoriiert Die künftesten Stellen der Sommerflüge, vielleicht soll es nicht wählen, aber ich gucke es mal. Schikel wie er glänzt guck mal hier guck mal da guck mal wie das leuchtet was haben wir da verbaut leds du mal einen Schrammzieher dein Schrammzieher passt, perfekt ich geh mal schnell ins Auto Schrammzieher das wäre es mit dem Schraubenzieher das Detail abzubauen alter Schede was ist denn hier los schon heftig Magnum noch einen Magnum das ist immer so selten 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 das ist immer so das ist immer so wie es ist immer so ist das das ist immer so das ist immer so Der ist sofort raus am Druckerreffen, machen wir. Der kommt gleich wieder. Der ist in der Bierflasche. Zehn halb in der Pfotzen, leck der Wasche. Das ist ein bisschen zu tief. Das wird nur gelangen. Niedermeier aus Landau an der Isar, auch da. Das ist ein bisschen zu tief. Oh lecker, eine Feen, eine Feen, wie viele Zelte da so rumstehen. Wahnsinn. Oh lecker. Das war's für heute. Der steht gar nicht. 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 Scheiße. Was? Oder? Ich dachte erst 2000 Leuten. Ich hab den Wunsch mal gesagt. Das ist nötig. Sprech, schrech, schrech, schrech! Olli! Oh, der Teddy, Draculaus. Die Ladungslegung wird in Deutschland ganz groß geschrieben, ganz, ganz groß, mit Klettband alles festgezurrt, ja, war bestimmt eine scheiß Arbeit, aber Respekt, so muss gesichert werden, schön. Muss auch mal gezeigt werden. Also mein beleuchteter Akto-Stern, beleuchtet auch, wenn es dunkel ist. Also dieses Jahr ist wirklich was los hier, also Respekt, war letztendlich so viel. Dieses Jahr ist wirklich echt voll hier. Schotterpiste. So, schauen wir hier runter. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, eine Leuchtrakete leckt mich doch im Arsch. Wie ein Weihnachtsbaum, aber geil. Oh, eine Leuchtrakete leckt mich doch. 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 Oh, eine Leuchtrakete. So, das ist so ein, genau so ein, genau so ein, nur dass der gerade ohne Anregung ist. So, das ist so ein, nur dass der gerade ohne Anregung ist.